Musik 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 Achtung Countdown start Tschüss Musik Oh So What Ehh Das hast du dir verdient Juhu Ist ja klar Wuuu 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 Alter Weck den mit dir Alter Ah Ja Der weg Die Oh Ich brauche jetzt sowas von Leben Omi Omi Du bist ziemlich fies Achtung Kerntemperatur übersteigt kritische Grenzen Juhu What Habe ich erledigt Auch nicht schon wieder Omi Omi du bist echt nett Aber du bist Fati Ganz ruhig Ganz ruhig Ja zwei Omi Ich weiß Du hast zwei Omi Aber musst du die musst du Die wirkliche einladen zu diese Party Jetzt mir eine Schnauze voll Fati Und meine Schwester Siehst du was ich muss mit meiner Schwester machen Ich kann Oh Was Was Omi Ver- Ver- Piss- Ich Yeah Weg mit dir Süß Hä Was Was Wie Wo W- 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 Jetzt müssen wir ein paar Teile gel- was? Ja Ich hab gedacht gibt es irgendwelche Monster noch Ohhhh was Hinter mir? Ah ok die hinter mir Nein Wow Diese nachgeladen Zeit Das ist echt manchmal echt übertrieben lang Und deswegen verrück ich dich auch sofort Ok Oh Wo ist die nächste? Wo ist die nächste? Wer will Nächte sein? Ich sehe die Nächsten Karnematen Oh Ups Wo bin ich gelernt? Das ist meine Frage Das ist meine Frage Juhu Scheiße Scheiße Alter Willst du mich ficken? Ich bin Ordentlich Fast hast du mich geschafft Alter Ja Juhu Läu Läu Auf Eben Und der Ausweich Nächte Ne Ich hab gedacht Eieieiei Wo ist die? Ich will mir noch einer Ah Ah Die ist unten Ok Gut zu wissen Ja Jetzt bist du weg Er Was Was ist das? Er Null money Das money Ok Der Weg wo ist die letzte da sind die ich denke was ist jetzt los ja oh yes schade oh hier ist was soll das ganz schl- oh oh das hat ein bisschen mehr gesessen gell dann bist du weg sie können sich jetzt zu meinem kern begeben um den vorgang abzuschließen das klingt mir irgendwie nach fallem mäßiges aus warte mal warte 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 ich bin hier ich bin hier ist irgendwas hier umgebung nein und zu leben voll nur zu machen wie soll ich das machen kann mir jemand erklären also ich kann mich doch so also so gut der zug unten wird dich zum eingang bringen was für zug oh besser meine also der zug um zugang zu meinem zu erhalten musst du im raum vor dir die dämonische bedrohung beseitigen yo alter willst du mich ficken oh das war sowas und scheiß knapp leben leben alter aber also Alter, willst du mich verarschen? Wo, 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 wo. Kein Spielzeug mehr, ich spiele mit euch nicht mehr. Ja. Ja, deck mal dir. alter muss ich auch lecken super was nein wo bin ich boah geht nach oben mein war man alter willst du mich ficken so ordentlich gut ohne scheiß die gehen mir so auf der zeiger das gibt nicht mehr ich gehe oder ich gehe oder ohne scheiß da ist es nur noch schaffe ich noch ja endlich die der fliegende fisch ist weg ich bin so scheiß froh es ist noch um es kommt dazu ja ist ja klar was geht jetzt schief mit euch das pure ich bin ich verreck hier heute alle alles alles leer verdammte weise dann muss ich so machen es ist noch jemand am leben weil ich habe echt schnauze voll langsam leute sag ich euch wo sind die alle wo sind die alle das ist nett wenn du bist auf die fahrze genau Alter Geh Ja Genau Jetzt haben wir den Muni Du bist noch am Leben Du bist noch am Leben Jetzt nicht mehr Meine Güte Schlimmer geht es nicht Oder Muss jetzt hier hingehen Verliere Speicherkapazität Kontrolle über neurale Funktionen Minimal Boah Ey ohne Scheiß Das war Heftigste Kampf Bis jetzt beginnt Solche Monster gehabt habe Wenn nicht diese Wenn ich werde sowas nicht haben Dann werde ich sowas von tot Die Raketen Genau Entschuldigung Da Machen wir das noch Es muss sein 5 Punkte 5 Punkte Okay Sobald Vegas Kern vernichtet ist Zieht dich das Energievakuum zurück in die Hölle Dein Ankunftsort ist der Brunnen Verschließe ihn jetzt mit dem Schmelztiegel Dann schließt sich auch das Portal auf dem Mars Für immer Sie werden dich sicher nicht kampflos zum Brunnen lassen Aber so magst du es ja am liebsten oder Das ist deine Natur So okay So ein Jetzt willst du mich verarscheln Sag es nicht das ist der Vega Okay Okay Geht weiter Weg damit Geht weiter Der Vorgang ist abgeschlossen Danke Vigga Ich bereue vieles Doktor Hayden So Da haben wir bestanden Fertig gemacht Oh nein Scheiße Ich hab voll vergessen Die Rüstung zu nehmen Am Ende hab ich voll vergessen Diese Rüstung Ich hab nur nach vorne Nach vorne Das war noch eine Rüstung war Das hab ich voll vergessen Nein Aber die Kampfer Überzeugung Aber mir so nerven Diese eine Rüstung Oh Scheiße Egal Kann ich nicht machen So Leute Ich werde sagen Das war's Und wir Sehen uns Nächstes Mal Ciao Ciao Ich hab noch nie Ich hab noch nie